Heute gibt es mal ein kurzes Update Video zu Zooplus. Hier gab es ein Übernahmeangebot von der Private Equity Gesellschaft, muss ich selber mal eben ablesen. Hellmann und Friedmann habe ich vorher auch noch nie gehört und die bieten 390 Euro pro Aktie. Wie das Ganze weitergeht und was ich auch mit meiner Zooplus Investition mache, wie gut die auch gelaufen ist, das erfährst du alles direkt nach dem Intro. Viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hatte es heute ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm, habe es erst am späten Nachmittag gecheckt. Wenn ihr das Video seht, ist das gestern gewesen, also jetzt gestern am späten Nachmittag. Und zwar hat mir der Sven von Dein Geld Deine Verantwortung geschrieben und hat mir ein TikTok Video von ihm geschrieben. Und da stand was drin von Zooplus Übernahme und dann hat er Party gemacht da drin. Das fand ich ganz lustig und dann habe ich gesagt, wie Zooplus Übernahme? Und dann habe ich selber mal geguckt und dann stand es da drin, jawohl, es gibt ein Übernahmeangebot von der Private Equity Gesellschaft. Hellmann und Friedmann und die bieten 390 Euro. Das steht ja auch nochmal in der Aktionär drin, verlinke ich auch nochmal in der Videobeschreibung. Könnt ihr es doch nochmal durchlesen. Und der Kurs ist einfach mal um 40% dann auf diese 390, jetzt im Moment sogar 391 Euro gestiegen. Also es ist 40% über dem Niveau, was es aktuell ist. Ja und Ziel ist es natürlich jetzt Zooplus zu übernehmen, also über 50% der Aktien zu kaufen und dann auch Zooplus von der Börse zu nehmen. Und das Ganze sehe ich natürlich dann mit einem lachenden Auge, weil ich natürlich sofort 40% an einem Tag mal Plus habe in meiner Aktie. Aber ich hätte natürlich auf der anderen Seite natürlich die Story gerne noch weiter begleitet, weil ich nach wie vor denke, dass Zooplus noch weit mehr als diese 40% Potenzial hat. Und das finde ich natürlich auf der einen Seite schade, aber auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch einfach mal sofort an einem Tag oder jetzt sofort in dieser kurzen Zeitspanne eine unfassbar gute Performance gewesen. Und ich werde die Aktie jetzt am Montag bei mir verkaufen für diese 390, 300, wo auch immer der Kurs dann gerade steht, 390, aktuell steht es bei 392. Also ich warte jetzt nicht noch auf einen eventuellen Squeezeout oder so oder mache da jetzt noch irgendwelche Spekulationen. Für mich ist die Story ja jetzt vorbei, weil ich da jetzt nicht mehr als Investor dabei bleiben kann und dann gehe ich natürlich raus. Und ich habe auch schon so einen Plan gemacht, mir so zumindest zum Teil, was ich mache mit meinen Gewinnen. Denn wir können ja einmal hier in Portfolio Performance gucken. Zooplus hier bei mir die beste Position jetzt mittlerweile 287%. Ja, ich habe sogar gedacht, das wäre 300, aber nur 287%. Hier sehen wir es nochmal. Ich gehe mal eben hier rüber. Ah, das ist schon, wir müssen auf drei Jahre gehen. Hier habe ich die mal gekauft, die Aktie. Habe ich mir mal selbst zum Geburtstag geschenkt, 2019. Habe jetzt, wie gesagt, diese 287%. Da bin ich natürlich super happy mit. Und diese 2500 Euro, die ich dann rausbekommen werde, die werde ich halbieren. Also 50% davon, also 1250 Euro ganz grob gesehen, gehen in meine ETFs. Das passt natürlich super, weil es sind dann genau 250 Euro pro ETF. Und das können wir einmal gucken hier. Das wären hier meine ETFs. Einmal der Spider US Divided Aristocrats ETF. Nasdaq 100. Dann der Edge MSCI World Momentum Faktor. iShares Developed Market Popper Deals. Und da ist er hier, der, genau. iShares MSCI Emerging Markets Asia D5. Werden jeweils 250 Euro abbekommen. Oh, ich bin hier noch falsch. Also insgesamt 1250 Euro. Und die anderen 1250 Euro werde ich in eine neue Wachstumsaktie stecken. Die suche ich mir jetzt mal in den nächsten Tagen aus. Ich habe da schon so zwei, drei Kandidaten. Aber dazu mache ich nochmal ein extra Video. Also das muss ich mir nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Habe ja jetzt auch keinen großen Druck. Und da freue ich mich einfach jetzt, wie gesagt, mit einem lachenden, ein weinenden Auge. Natürlich die Zooplus Story für mich leider vorbei. War aber natürlich eine super Story. In knapp drei Jahren. 2019, 20, 21. In zweieinhalb Jahren 300% fast gemacht. Kann man ganz zufrieden sein, glaube ich. Und ich hoffe, damit habe ich die Frage beantwortet. Weil sie mir jetzt doch des Öfteren heute gestellt worden ist. Im Laufe des Tages. Also wenn du das Video siehst, war das gestern. Das war ein kurzes Update zu Zooplus. Ich hoffe, das hat euch so ein bisschen inspiriert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.